Und damit hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Bravely Default 2. Ich habe mich hier schon ein bisschen näher hieran positioniert, damit wir, wenn ich es schaffe, die Treppe hier runter steigen und uns um den Red Mage kümmern. Ich habe ja letztes Mal schon gezeigt, dass ich das Set gewechselt habe, dass ich wieder auf die alten Skills gegangen bin, wie man hier sieht. Oh Mona, es ist näherlich bereit, wei One. Nur ein bisschen länger und wir können zusammen sein. Warum machst du das? Hey, was ist das Flam? Oder wie heißt der? Dupli irgendwas. Ähm, oder? Dupli Belt, ja. Also der hat wahrscheinlich nur das Ganze dupliziert. Ah, perfekt. Kaum wechselt man, wechselt man mal, ähm, das Ganze aus. Ja, sie kann leider nicht, ähm, heilen, weil wenn sie jetzt heilen würde, würde natürlich alles nichts abfüllen. Boah, fühlt sich gerade etwas laut an. Da hatte ich wohl im Nachhinein noch mal die Musik geleistet worden. Boah. Da holt's mir fast das Mikro weg. Immun gegen Tobsucht, Verwirrung, Frost, Immun gegen Stille, Immun gegen Stille. Oh, wir haben viele Immunitäten. Ähm, wobei mir fällt gerade jetzt auf. So, ich hab die Lautstärke mal reduziert. Ich hoffe, ich erinnere mich, dass ich das hier cutte, soweit, dass ich sagen kann, ja, das muss ich ihm, ja, da sind unterschiedliche Soundeinstellungen. Ähm, ah ja, wir haben sie, sie kann nochmal ihn untersuchen. Oh, 5, 520. Die ist so schnell dran. Äh, so, hier. Äh, so, jetzt einmal hier hochheilen. Achso. Ah, okay, der hat dann das drin. Ähm, Wie war das? Äh, so. Er ist vergiftet. So, ein Schildstoß. Ähm, mal sehen. Ja, die konnten nicht stiehlen. Flucht ist auch doof. Ja, dann greif ich nochmal an, wobei ich hätte hier vielleicht, äh, doch sagen können, dass ich so, jetzt lass mal mal die Musik laufen. So, jetzt lass mal mal die Musik laufen. Schaden, haha, die macht so gut wie keinen Schaden. Ich finde das immer noch so, so doof. Ähm, so, weil, er macht tausend Schaden. Tausend! Boah, die, die grinden die richtig runter. Okay, jetzt mach endlich mal Das, was du die ganze Zeit hättest machen sollen Nämlich ihm Glück verpassen Hä, warum hat sie Stille drauf? Ich hab ihr doch eine Immunität gegen Stille gegeben Immun gegen Gif Immun gegen Lähmung Äh, okay Das ist nämlich extrem blöd Ich dachte, ich hätte ihr gerade die Immunität gegeben Ähm, so, jetzt Was hat der nochmal vorher? Ich möchte mal Gucken, weil der ist 1200 ist ganz okay Äh, Vitra reicht wohl Er macht immer mit seinem Aero Wo macht der, macht der noch, ähm, Statusschäden Das finde ich immer so ein bisschen, äh Da, war auf Das finde ich immer so ein bisschen Ja, seltsam Ja, jetzt erstmal nochmal Gift auf den Kann, kann das denn mal wirken? Ich meine, ich hab so viel Glück Das ist, ich, das finde ich wirklich halt bescheuert Ich dachte, ich hätte ihr das gegeben Und das ist halt immer, sie ist dann gerade dran Das ist ja noch bescheidener Die 5000 HP haben mir nicht so viel geholfen Wie beim letzten Kampf Ich meine Äh, an sich waren sie natürlich schon Äh, äh, wichtig Diese 5000 HP Weil sonst, sonst wäre die ja schon längst gefallen Aber Äh, ja So So, endlich Ähm Wir erledigen einfach ihn Ich finde diese Texte zwischendrin gut Aber das, das wirkt immer so wie eine zweite Phase Ohne dass es eine ist Es ist, es ist meine Schuld Es ist alles meine Schuld Ich bin sorry, Mona Ich bin so, so sorry Uh, 1200 Heilra Okay Dann behandeln wir ihn nochmal Jetzt, ja, jetzt, jetzt ist er in so einer Art zweiten Phase Denn Okay Ich glaube eher Oh, er ist bei Null Ähm So, sie kann nämlich mit Behandeln schon einigermaßen Also sie kann damit einigermaßen schon aufholen Und, äh, äh, beziehungsweise uns, uns hier, äh, den Hintern retten Also Das Behandeln ist schon cool Äh, so Ich bin gerade Also sie, sie ist gerade irgendwie total im Stress Weil sie alles Mögliche machen muss So, äh, jetzt ist halt, jetzt ist bei ihm ist halt wirklich der Punkt Er Er hat 6000 und er heilt sich da dann immer hoch Ähm Habe ich eigentlich Wie, wie, wie war das? Der ist anfällig gegen Speer und Bögen Kann ich eigentlich mal, äh, Items werfen? Da Dem Gegner Schaden zufügt Okay War jetzt nicht so spektakulär So So Ah Jetzt hier Okay, einer V hat ihn eigentlich auch genügend abgezogen Ähm Aber wir sind endlich unter den 6000 geblieben Selbst nach dem Heilrahmen Muss man, muss man bedenken Okay Sie kann jetzt mal defaulten Und der muss natürlich gleich wieder heilen Aber das Gute ist ja Ah Vielleicht hilft das ja, wenn ich ihm seine MP klau Die sehe ich aber hier nicht Okay Ja Das, das ist wirklich immer dieses Doofe, dass wir diesen Status Genau diesen Status auch immer bekommen Okay Ähm Dann hier Defaulten Äh Sie kann sich selbst behandeln Keine Ahnung, wie sie eigentlich gerade MP Achso, sie hat ja MP geklaut Ähm So Und der Rest der Gruppe wird hochgeheilt Jetzt versuchen wir eigentlich nochmal den Dämon zu vergiften Funktioniert irgendwie nett Er hat einfach Gloria umgehauen Das ist doch Äh Okay Okay So Dann in vitra Ähm Behandeln So Hier Engel Ah, das kann sie nicht machen Naja, ich muss So Wir müssen ihn wieder beleben Okay Er defaultet Dann kann ich nur hoffen, dass er Ja Das ist Das ist Okay so Wenn er sie jetzt verstummt hätte Dann hätte ich aber zugeschlagen So Jetzt geht's aber gleich wieder ab Der Typ wäre Richtig nervig Wenn er Oder richtig einfach Wenn er nicht dieses Stille Andauer machen würde So Don't Da Und malt Das sind Es ist Hinter. Da, Kreuzzi. So, er hat nur noch 3000. Aber wir müssen so, mit einem kleinen Wied. Das ist halt allein schon 1000. Ich hoffe ja darauf, dass wir mit mit diesem Seelendieb ihm mal sein Mana wegstehen. So, wir sind ja noch in der Musik und jetzt geht's richtig los. Oh, 4000! Wir müssen den Typen noch fertig machen. Der immun gegen jegliche Art von Waffen ist. Ähm... Und aus irgendeinem Grund nicht vergiftet werden kann. Ähm... Wir behandeln Gloria aus dem Grund, dass wir ihr Mana wiederherstellen. Wir müssen mal vergiftet werden. Wir müssen mal vergiftet werden. Ähm... So, hier alle nochmal hochrein. Das sollte jetzt eigentlich ein einfacher Kampf sein. So, mal sehen, ob ich ihm eigentlich auch äh, Sachen... Äh... 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 Ich soll jetzt gegen Verwirrung gegen Lähmung... da... Äh... So... Äh... Er kann, er kann halt nichts machen. Das Ding ist gegen Waffen immun. Das ist... Ich wüsste halt gerne, wie man... Wir können Objekte draufwerfen. Ich meine, es sind noch 7000, also das kriegen wir hin. Äh... Ähm... Ja. So, und er behandelt sich selbst. Da würde ich jetzt wieder Gift versuchen. Ich weiß, ich hab gesagt, ich geb's auf, aber... Ich bin immer noch der Meinung... Naja, sie kann nicht stehlen. Gibt's irgendwas, was auch vergiften könnte? Hm. Ja, gut. Äh... Der Schildstoß funktioniert, weil's keine... Weil's keine... Weil's keine Waffe ist, sondern ein Schild. Immer noch nix zu stehlen. Dann lassen wir das von der Leine. Die... Die wirken, glaub ich, auch. 800 ist mal ein Wort. So. Dann müsst ihr jetzt ungefähr bei 6000 sein. Ähm... Oh, der Trank ist ja minimal. So. Es ist jetzt ziemlich einfach. Also die... Die Gegner sind ja ähm... Schon am Ende. Oh, 700 Schaden. Ähm... Ah, noch 4000. Dann... Heißt es noch knapp vier Runden. Ähm... Ein Äther... Für unseren Einer... Wie? Ach du Schande. Das gab viel. So. Er muss oben bleiben. Und hier kriegst du auch ein Äther. Okay, ich versuch noch mal Gift. Ist wohl... Ist wohl gegen den Status Immun. Mal sehen, ob... Ähm... Geschenk des Mutes. Ne, das sind alles... Nur der Schildstoß. Äh... Dann... Gib dir selber mal ein Äther, weil dann kann sie mit Behandlung anfangen. Äh... So, beschützen. So, damit sie das Mana hat. Ich kann ja immer, wenn er im Default ist, versuchen, ihn zu vergiften. Das, äh... macht dir Sinn. Äh... Von der Leine lassen? Vielleicht... Oh, schade. Ich finde es halt doof, dass er gegen so viele Waffen immun ist. Ich verstehe nicht, ich will mich. Äh... So, dann ziehen wir noch Mana ab. Äh, halt, was mache ich? Was setze ich gerade ein? Blitzker. Man sieht es so schlecht, habe ich gerade gemerkt. Mein... Oh, er war im Defense-Mode. Ich... Äh... Hat es gar nicht bemerkt. So, jetzt aber BAM! Ah, das sind 400 Jobpunkte. Finde ich sehr schade, aber es ist... es ist mit der anderen Gruppe einfach zu schwach gewesen. Der Rotmagier. Rotmagier sind äußerst fähige Anwender von Angriffs- und Heilmagie, was sie zu vielseitigen und nützlichen Mitstreitern macht. Stein führt einen magischen Erdangriff auf ein Ziel, äh, alle Ziele aus und, äh, stellt bei einem Ziel 1000 TP wieder her. Heilen. In seinem Fall war es halt verdoppelt. Äh, ich tipp mal, da gibt es irgendwie... Äh, ich tippe mal, w- where am I? Elvis? What are you doing here? Regained your sins as it last, eh, Roddy? Good to have you back. I'll bet you don't remember anything, eh? Crikey. How can I ever apologize? Ach, there's no need. It's forgotten already. Well, that bit of it at least. I'd be keen to hear what exactly happened to you, though. I'm afraid I'm as clueless as you on that front. I mean, I've some vague flashes of what I got up to, but... As to how or why I was doing it... Nope. Sorry. Not a clue. I... I remember the town being overrun with trees and... And believing I could bring Mona back by making blue paint, of all things. But honestly, it all feels like it was someone else doing it. Do you remember when it started? Anything that might have set it off? The whole farby? Hmm. It was the painting. The painting? The one in your room? Aye. I got it after Mona died. At the same time as the asterisk, in fact. Someone must have given it to me, but... No. I can't remember who. Not to worry, old pal. That wee clue about the picture is more than enough to begin on with. Oh, thank goodness. A lead in the case at last. Roddy, this may come as something of a shock, but you have a right to know. Lily may believe that your daughter is still alive. Lily? What? What do you mean? But... No. Mona's dead. How can they believe they're living together out in the forest? Listen. Let's not jump to any conclusions, eh? This is all just here, say, remember? Jetzt weiß ich, was sie meinen, weil die ja die Klamotten gekauft hat vor ein paar Folgen. That's right. We're going to head out there and find out, what's really going on. In that case, I'm coming with you. If someone's got into Lily's head the same way they got into mine, we need to help her and fast. Aye. And who better to help her than the Institute's best love pair of Taraways? It's good to have you back, old pal. Thanks. All right. We'll be right back. Okay. Es gibt bestimmt wieder ein Gruppengespräch, aber was ich cool finde, der Typ wird wieder neben uns sein und wenn ich Glück habe, wird der... Hallo. Können Sie mich hören? Wird der noch ein bisschen mitzaubern, so wie es unser Freund am Anfang getan hat. ich hoffe, es hat euch gefallen heute mal ein bisschen länger, weil ich dachte, hey, wir ziehen's durch, wir befreien Rhodey und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn's in den Wald geht. Ich werd wieder die Klassen wechseln auf den... auf die zu trainierenden Asterhuske. Vielleicht kriegt auch gleich jemand den Red Mage ab. Wir brauchen eigentlich eine zweite richtige Heilerklasse, weil ich mag das nicht, wenn wir nur so einen Heiler haben. Mal sehen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.